Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch diesen wunderschönen hydratisierten Make-Up Glow zeigen. Ich benutze heute fünf Clinique Produkte und hier zeige ich euch erstmal die ersten vier. Und zwar ist das der Lippenstift, der Eyeliner, der Highlighter und die Mascara von Clinique. Ich werde auch nur einen einzigen Pinsel heute benutzen und zwar den von Made by Mitchell in der MF2. Und das ist das fünfte Produkt für heute, die Foundation in der Farbe CN28 Ivory mit einem tollen Pumpaufsatz. Und die fünf Produkte von Clinique habe ich von Clinique kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Ich starte heute meine Routine mit der Even Better Clinique Serum Foundation in SPF20 und trage diese erst mit dem Finger auf. Ich habe vorher im Douglas mein Match auf jeden Fall gefunden und kann euch das auch nur empfehlen, vorher mal im Laden zu gucken, was da am besten zu euch passt. Verblenden tue ich das alles mit der Blending Brush von Made by Mitchell. Und wie ihr sehen könnt, meine Hautunreinheiten, Ederchen und Augenringe sind bestens abgedeckt. Und diese Foundation soll auch beim Tragen die Haut etwas pflegen, wie eine Tagescreme. Dann benutzen wir als nächstes den Lippenstift von Clinique. Das ist der Chubby Stick Moisturizing Lip Collar Balm in der Farbe Mega Melon. Als Blush benutze ich den zuallererst. Und ich finde die Farbe wirklich mega schön. Ich habe auch den passenden Nagellack zu diesem Lippenstift. Und ich habe auf jeden Fall zwei Schichten von dem benutzt, weil ich möchte, dass es ein bisschen intensiver ist mit dem Rot im Gesicht. Ich finde, da wirkt man einfach mega frisch. Deswegen trage ich das auch noch aufs Lid auf und verblende das natürlich immer mit demselben Pinsel. Dann für den Extra Glow und für den hydratisierten Look der Haut kommt noch der Chubby Stick Highlighter von Clinique zum Einsatz. Und den trage ich auf den Wangen, über der Lippe, auf der Nase und auch auf den Schulterknochen auf für ein bisschen extra Glanz im Dekolleté. Verblenden tue ich diesen allerdings nicht mit dem Pinsel, sondern mit den Fingern. Dann natürlich noch auf die Lippe muss auch noch der Lippenstift und ich finde den super, super schön. Was eigentlich, glaube ich, mein Lieblingsprodukt ist, der Lippenstift, wenn man den wirklich vielseitig anwenden kann. Und der Highlighter kommt auch noch aufs Lid für den Extra Glanz. Und schaut euch diesen Eyeliner an. Das ist der High Impact Easy Liquid Liner mit einem ultradünnen Spitze. Mit dem kann man richtig fein und filigran den Eyeliner ziehen. Ich finde ihn richtig toll. Und vor allem für Schlupflider finde ich das richtig schön, wenn man einen ganz dünnen, feinen Lidstrich ganz nah am Wimpernkranz machen kann. Dann sieht das Auge größer aus. Zur guter Letzt kommt noch die High Impact Mascara zum Einsatz. Und das ist auch schon der fertige Look. Sommerlich, frisch und die Haut strahlt. Wie gefällt es euch? Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, das kurze 3 Minuten Video hat euch gefallen. Bis bald!